Starten wir mal noch die Aufnahme. Das ist wahrscheinlich die Einzige, die hier was flüssig sehen und sagen, guten Morgen gekommen. Zurück zu Legende Oversyn. Flüssige Aufnahme wahrscheinlich. Ruckelndes Spiel und leckende Stream. Für jeden war es dabei. Ist doch schön. Sag die Uhr. Warum ist es überhaupt zu warm? Oh Gott. Die ist schon wieder 24 Grad. Was soll denn der Blödsinn? Ich habe nur gesagt, 20 Grad ist Max. Natur, halte dich gefälligst dran. Was wollte ich machen? Bricks, wer war Bricks? Ich brauche vom Banditenlager. Ah. Bricks, Bricks, Bricks. Was wollte ich noch machen? Ich weiß es nicht. Ich wollte ein bisschen Druck hellen. Ja, das klingt sich gleich. Nee, tut es nicht. Das ist hier, das ist nicht das Banditenlager. Hm, hm, hm. Da habe ich auch noch keine Lösung für. Äh, was wollte ich überhaupt noch? Platin durchweg, das Waschgold. Schwarze Perle. Habe ich eine schwarze Perle. Dieses Menüsystem bräuchte eine Suchenfunktion. Ich sag's, bis es ist. Das wäre schon ziemlich sportlich. Jetzt soll ich mir das ausschreiben, wenn ich mal ein Rollenspiel programmiere. Hm. Was hat funktioniert aus irgendeinem Grund immer noch nicht so richtig? Schwarze Perle. Ja, wunderbar. Dann muss ich jetzt in die Goldmine. Habe ich sonst noch was, was ich tun kann? Ne, gut, irgendwie sind drei. Nee, äh. Jetzt können wir im Verlage werden. Ich glaube, das ist ein Bug. Ähm. Ähm. Ja. Achso, das muss ich auch noch töten, irgendwie. Ich glaube, ich glaube, ich habe noch gar nicht gefunden, oder? Ich glaube nicht. Ähm. Dann würfen wir jetzt, glaube ich, erst mal wieder. Ach, das. Was hat denn das dann einigen Updates, dieses Spiel für Probleme mit meiner Maus oder meinen Pfeiltasten? Ne, hier steht es auch nicht. Ich würde sagen, das war hinterher schuld, aber es ist das einzige Spiel, wo ich das Problem habe. Ah, es ist doch irgendwie, ach, es ist. Gut, die zwei spielen, immer wieder eine Herausforderung. Ähm. Ja, das war ein Dienlager machen. Ja, das war ein Dienlager. Ja. Halt, was willst du? Ähm. Ich weiß, wo das Auge ist. Wo? Auf der Burg von Fürst Albrecht. Der Fürst selbst ist der Besitzer. Interessant. Bist du dir auch wirklich sicher? Ja, natürlich. Dann hoffe ich für dich, dass du die Wahrheit sprichst. Es gibt nichts Übleres als Lügen der Informanten. Mach dir mal keine Sorgen. Wie sieht es mit einer Vergütung aus? Du kommst schneller rein. Außerdem erlasse ich dir unsere Aufnahmeabgabe. Das ist doch etwas. Wie hätte ich auch etwas anderes erwarten können? Hast du gerade etwas von einer Abgabe gesagt? Ja. Normalerweise muss jeder, der durch dieses Tor will, etwas zu unseren Kassen hinzugeben. Du wirst damit bei uns akzeptiert. Das heißt, du wirst bei uns aufgenommen. Außerdem wirst du dann später noch genug verdienen. Ist doch nur fair, dass du wenigstens ein wenig dafür Said beisteuerst. Andere Steuern haben wir ja nicht. Die zahlen bei uns die ahnungslosen Händler. Lässt du mich rein? Die Sache mit dem Auge hast du ja wenigstens für mich geregelt. Junge, das reicht noch lange nicht, was du bisher gemacht hast. Sei nicht so faul und bewege deinen Hintern. Ich will dich nicht wiedersehen, bevor du einige Leute... Aber es gibt ja außerdem einen Tüpp mit den Samen keinen, oder? Ich meine... Ne, ich glaube nicht. Ich weiß ja, ob die Goldmine war... Ah, hier oben sind... Also die zwei vielleicht... Ne, wenn sie... Keine Ahnung. Ne, ich glaube, die kann ich nicht überzeugen. Die mögen mich nicht, habe ich das Gefühl. Also nie wieder. Und die anderen, die hatten ja gar keine Quests. So. Drei steht da rum. Hey du! Mh... Mh... Ne. Okay, dann gehen wir mal in die Goldmine und gucken mal, ob wir dieses Platin-Dingsbombs-Gold irgendwie finden. So, ob diese Teleport-Steine-Dinger... Habe ich später noch eine Bedeutung, oder stehen die einfach nur in so einem Moment? Wo ging es denn jetzt raus? Hier, oder? Ne. Du hast ja auch nichts für mich zu tun, ne? Ne. Ne, raus ging es da oben. Also unten auch, aber ich glaube, ich wollte oben raus. Hey, guck mal auf die Karte. Ja. Wir müssen da oben irgendwie raus, so. Schön viel zu haben. Ah, ich hasse Wärme. Ich hasse es einfach, so. Wir waren ja an diesen netten Kollegen, der uns den Weg zeigt. Die haben ja auch keine Quests für mich, ne? Ich habe nur noch die... Hm. Mache irgendwas falsch, oder soll das so dünn sein? Oder sollen wir da einfach vorbeigehen? Ist es gar nicht gedacht, dass man da aufgenommen wird? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe noch ein paar andere Sachen erledigt, aber... Die zählen nicht, weil ich dafür eigentlich, glaube ich, erst drin sein sollte. Also... So, mein Feuerball, da ist mein Feuerball. Da haben wir doch einen Feuerball, und dann... So, hier zeugt das nicht mehr mit. Äh, dann sind wir auch fast schon irgendwie... Vor der Goldmine vielleicht, ich weiß es nicht. Ist die Goldmine auf der Karte eingezeichnet? Äh, ja. Ich glaube zumindest, dass diese Zelle die Goldmine darstellen soll. Oder Zelt. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich sollte mich vielleicht nicht lustig machen. Zeichnen ist nicht mehr meine Stärke. Ach, ja. Ah, nehmen wir einfach da dann weiter. Äh... Hoffentlich keine Gegner nach spawnen, gespawnt. Ich bin mir nicht sicher, was hier abgeht. Irgendwas hier ist merkwürdig in diesem... ...gebiet. Da hinten war dieser Untote, den ich gar nicht töten kann. Äh. Aber es sieht gut aus. Ja, ja. Das ist die... Das ist die Goldmine, die suchen wir ja auch. Das ist genau, was ich suche. Eine Mine. Und diesen Feldknüller. Moment. War das ein Pilz? Sind denn noch Pilze? Ist noch Pilze? Wie konnte ich die denn übersehen? Ist doch wichtig. Ja, die Pfeilpflanze jetzt nicht und so. Aber die Pilze sind wichtig. Die wollen wir alle mitnehmen. Hm, hm. Ich kann hier noch was direkt in den Eingang legen. Die spawnen der Scheiße hier oder was? Was denn dies? Ähm, Schürfern. Ah, die. Ich nehme an, du weißt gar nichts. Ja, nee. So, und bevor wir jetzt in diese Mine reingehen, speichern wir natürlich. Ah, das wird ein richtig guter Stream, glaube ich. Ich habe jetzt leider keinen Daten, der mir sagen kann, wie scheiße das Stream läuft. Aber ich glaube, er läuft richtig scheiße. Mit 10% verworfenen Streams. Äh, Stream. Verworfenen Frames, ja doch. Klingt schon ziemlich scheiße. Das klingt schon ziemlich scheiße. Warum habe ich das nicht mitgenommen, was sowas festgeklebt ist? Weil es festgeklebt ist. Ich habe ihn gefragt, ob er den da jetzt am dümmsten. Vielleicht den Schmied. Der Schmied kennt ihr doch bestimmt aus. Nein. Der Schmied kennt sich nicht aus. Ähm. Die namenlosen Rekruten wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte jetzt langsam mal Gold schürfen. Ich habe ja schon so ein gewisses Schürflevel. Aber ich glaube, das brauche ich auch überhaupt nicht. Deswegen gebe ich mir das auf. Vielleicht kriege ich noch ein höheres Level. Und dann vergesse ich es und mache es nie. Kriege dann einen Plan. Ähm, hallo du. Hallo, Dottor. Ich will doch nur mit ihm reden. Hm. Wir haben diese schissene Mine, könnte wissen, wie man hier. Ja, also. Du hast keinen Namen. Doch. Aber du weißt das auch nicht. Die ist doch alles schon wieder kacke hier. Ähm. Ähm. Nicht zum Hölle fragt man da. Ist wahrscheinlich gar nicht in der Mine, sondern. Was weiß ich. Den Typen, den ich rausgebracht habe. Und der jetzt. Der weiß, worum er eiert. Dass ich den Typen nicht schon rumgebracht habe. Hm. Ähm. Vielleicht der. Ach, wie heißt der. Ähm. Ähm. Jetzt hört mir der Name nicht ein. Glaubst du das? Genau, der Proviantmeister. Ich schätze, das ist bei Herges. Das ist nicht, was ich. Ich schätze, das suche ich nicht. Habe ich auch so ein, glaube ich, schon. Habe ich schon. Vielleicht. Wo zum Fick. Jetzt muss ich mich wieder in dieser Mine zurechtfinden. Ich verlaufe mir hier jedes Mal. Ist zu groß einfach. Ja, aber was heißt zu groß? Die ist einfach so. So. So verschiedenen Winkeln und alles. Nimmst. Weißt du denn was? Woher du schon so alleine rumstehst? Was sind deine Freunde? Äh. Ist in einer Krankheit. Ach, das muss ich mich nicht. Ich schätze leider neben, glaubst du. Ich glaube, wir sind alle an einer Krankheit gestorben. Hm. Nimmst, ist es nicht. Ähm. Ich habe eins zum Hafen gebracht. Da wird langsam dünn. Oh. Also noch zwei. Gut. Ich lasse das Fleisch auf jeden Fall ein wenig ziehen. Zeig. Hm. Hm. Ja, also. Moment. Äh. Was war denn das? So richtig. Äh. Hm. Plan durchswiegt das Waschgold. Ich habe das Gefühl, die Goldmine ist ein bisschen falsch dafür. Holger. Nein. Jetzt ruht vielleicht. Nein. So, oben ist wieder keiner. Hey, du. Hey, du. Mord hier hat auch wieder keinen Plan. Ich spiele überhaupt. Dann haben wir um 18 Uhr. Ah, halt. Wieder hoch springen. Ich bin doch da. Land. Nein. Ach, das muss ich mir noch das Leiter nehmen. Kein Freund von dieser Goldmine. Ich meine, die Goldmine. Die war schön. Die ging relativ gerade nach unten. Das hier ist mir so ein bisschen gehörender. Hallo, Roma. Du kennst dich doch. Nein. Okay, wenn soll ich denn da fragen? Wir sind ja alle hier nichts von Gold. Ist das überhaupt eine Goldmine? Ist das wirklich einer von den Typen, die schon tot sind? Keine Ahnung. Das wäre jetzt schlecht. Ja, komisch. Sag mal, ich habe... Wieso ziehst du jetzt die fucking Arm... Ich muss das nicht verstehen, warum du jetzt die Ambrust ziehst, oder? Auf die Leertaste. Und warum zum Fick ist mein Mana schon wieder... Was läuft hier in diesem Spiel falsch? Warum ist mein Mana plötzlich so leer? Hä? Irgendwas in diesen Bergen, in den Minen, das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht was, aber es ist sehr merkwürdig alles. Hier ist halt auch niemand mehr, ne? Man verliert es und dann wird es wieder aufgeladen. Es ist alles sehr merkwürdig. Ah, nicht in den Tod stürzen, bitte. Das wäre gut, wenn wir jetzt nicht in den Tod stürzen. Einfach mal nicht sterben. Jetzt ist alles sehr leer. Wie soll ich denn hier jemanden fragen, ob er weiß... Ist hier noch jemanden... Irgendwas stimmt auch schon wieder mit der Entfernen- und Auflösung nicht, oder? Kann das sein? Ne, ist 300. Hm. Ja, nun. Äh, die hätten das vielleicht gewusst, aber die sind schon länger tot. Ähm... Der Typ ist im Hafen, wenn ich mich alles täuschte. Gut, gehen wir wieder zurück. Hier ist offensichtlich nichts mehr. Wenn ich mich einfach an so einen Erzblocken stelle. Ich hab doch hier irgendwo so Bücher. Ne, Bücher sind weiter unten. Hm. Okay, das Buch, das der Proviantmeister hat, fehlt mir scheinbar tatsächlich noch. Oder, keine Ahnung. Buttluck, 100%. Eher mehr als 100% überhaupt. Ich hab auch keinen Bock, der ist überall zu hacken, ehrlich gesagt. Ich bin doch nicht hier, um mir was zu hacken. Ich bin hier, um... ...was ganz Spezielles zu bekommen, wenn ich bis zum Abend schlafe. Sollten die doch alle langsam mal... ...zum Essen kommen. Glaub ich. Vielleicht. Ich hab auch schon alle ja feiern. So, aber was war da noch? Auch nicht mal sonderlich viel, ne? Nee. Hm. Das ist fast schon ein bisschen scheiße. Irgendwie ist eine Goldmine niemand. Der das kann, was ich brauche. Sehr kacke. Ich verarsche mich schon wieder. Ach ja, das ist jetzt Spielen. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah ja. Ich bräuchte einen Kader für diese Miene. Ruhm ab. Ne, mit dem hab ich schon geredet. Mit Morty hab ich auch geredet. Äh, geht's... Hm, scheiße. Ja, da steht nichts drauf. Das passt jetzt nur ein Stück zu weit in dem Träger drin. Das ist Holger, mit der wir auch schon geredet. War schon einfach so ein namenloser Butler. So, schlafen wir mal. Ist ja noch ein Pilz. Äh, sind die Leute jetzt hier? Nee. Ist mal eine Suppe wenigstens fertig. Warte mal. Ist der Krop? Er ist die Mann? Ja. Danke dir. Zack. Hm. Äh, jetzt in einen Topf finden. Ein Topf. Äh, ein Topf. Äh. Je, steige Bonus plus 2. Ich hab nichts, weil ich noch irgendwas, dass mich... Ich glaube... Ich glaube...